So macht Kirche Spaß. Mit dem neuen Bischofsquartett von DOMRADIO.DE. Mit allen 26 Diözesanbischöfen, einem Joker aus Mainz und natürlich Papst Franziskus. Das neue Bischofsquartett mit allen Fakten. Wer hat das größte Bistum und die meisten Katholiken? Welcher Bischof ist der jüngste und welches Bistum das älteste? Lernen Sie spielerisch die deutschen Bischöfe kennen. Das neue Bischofsquartett von DOMRADIO.DE. Von Weihbischöfen erfolgreich getestet. Bestellen Sie jetzt die fünfte Auflage bei uns auf DOMRADIO.DE für nur 5 Euro inklusive Versand. Das Spiel für alle. Das Bischofsquartett.